Schock für Andrea Berg und ihren Ehemann Uli Feber, der Sonnenhof ist in die Fänge von Internetbetrügern geraten. So reagiert das Sonnenhof-Team auf die Betrugsmasche. Betrüger im Internet, ein Leid, dass derzeit viele Schlagerstars klagen können. Nun ist auch der Sonnenhof in Aspach Opfer eines solchen Betrugsskandals geworden. Für Andrea Berg und ihren Ehemann Uli Feber eine bedrohliche Situation. Denn die Betrüger sind noch nicht gefasst und könnten sogar die Existenz des Hotels Sonnenhof in Aspach gefährden. So greifen Betrüger Andrea Berg Sonnenhof in Aspach an. Mit dem Logo des Sonnenhofs täuschen Betrüger ein Gewinnspiel des Hotels von Andrea Bergs Familie vor. Leider treiben Profilbetrüger wieder ihr Unwesen. Was sich bisher auf Fake-Profilen von Personen beschränkt hat, die wir meistens schnell löschen und blockieren konnten, wird aktuell wieder mit unserem Logo erstellt und unter den letzten Posts Gewinne versprochen, klärt der Sonnenhof die Fans auf Instagram auf. Des Weiteren warnt das Team vom Sonnenhof, dass Andrea Berg-Svins und Urlauber nicht auf die Gewinnspiel-Links klicken sowie ihre persönlichen Daten nicht in die Gewinnspielmaske eintragen sollen. Denn die Betrüger stehlen in der Regel die persönlichen Daten der Nutzer, verwenden sie für andere dubiose Zwecke. Diese könnten den guten Ruf des Sonnenhofs ernsthaft bedrohen. Dabei hat sich das Hotel von Andrea Bergs Ehemann gerade erst von der letzten Krise erholt. Sonnenhof und Andrea Berg-Fehens Schon 2020 während der Corona-Zeit hatte der Sonnenhof in Aspach Existenzprobleme, weil die Gäste wegblieben. Spricht sich die Fernabzocke mit dem Sonnenhof-Logo in Zukunft herum, könnte es sein, dass erneut Gäste wegbleiben. Zu riskant, denkt sich auch das Sonnenhof-Team und klärt deswegen die Fans auf Instagram auf. Achtet auf die Richtigkeit der URL und auf ein vollständiges Profil. Hinter diesen leeren kopierten Profilen-Identitäten steckt nie eine Einzelperson, sondern eine kriminelle Organisation. Wir sind weiterhin bemüht, dass es auf unserer Seite keine große Plattform dafür gibt und versuchen die Verbreitung zu verhindern. Passt auf euch auf, heißt es von Seiten des Hotels. Damit sich weder Andrea Berg noch ihre Fans weiterhin sorgen, um einen möglichen Betrug machen müssen.